Servus, ich bin Sie heute bei Bacchi von den Bayern und wir sind heute in der Olympiahalle in München. Ich komme heute night auf den Jumps, Marisa ist auch dabei und dann melde ich mich in die Olympiahalle zusammen. Ja, okay, und dann machen wir nachher wieder weiter, wenn es los geht. Also bis dann, ciao. Das war's, ich bin Sie heute bei Bacchi von Bacchi von Bacchi von Bacchi von Bacchi von Bacchi. Aus Sicht Solar Falten. Auf Sicht auf die Ruhe von Bacchi von Bacchi von Bacchi in international handedmetter, wer die празд star von Bacchi von Bacca mit den Sultanbangs Tsunami! Der Achtespol war in den Hight-Attack. Starmer von Jens. 30 Sekunden, sie noch Salz. No-Handed Backflash! Der Achtespol! Auf Leierflächen da rauszusetzen. Somit hat er seine neuen Glücksbrüge vor den Kassen. Und jetzt noch Heufefein! Schaut ihr noch für Hebel? Schaut ihr noch für Hebel? Schaut ihr noch? König erheben? Schaut ihr noch nicht? Schaut ihr noch nicht? Schaut ihr noch? Schaut ihr noch? Es ist die Einstichigkeit für sie! Schaut ihr noch für Hebel? Schaut ihr noch proof? Ich bin nicht und ich bin nicht. Schaut ihr noch nicht? Die erste 저희가 befreundet. Wir wünschen euch heute Abend das erste Mal sein Fischer Nachwuchs mit dabei, er frisch Danny geworden. Und man schaut, ob sein Nachwuchs heute Abend den Danny anfeuern wird. Also, Breezy Zoom, von allen Platzierungen der Leitungschance erreicht wird, Vizeweltmeister Dritter, aber Weltmeister war er noch nicht. Mal schauen, ob er heute Abend hier ein großes Comeback startet, Breezy Zoom, immer sicher unterwegs, aber hat er auf, die Fettel schlägt auf und nutzt alle Rampen. Ab geht es, Tillemann aus dem Wacker. Einmal. Longhand, Seiko, du wolltest das Landing wechseln. Steigt also richtig gut ein. Breezy Zoom sieht also ganz gut aus. Kora macht der Kopf nicht ganz so weit hochgestreckt, aber immerhin noch sauber gelacht. No-Food Backflip. Also vielleicht doch ein bisschen nervös hier mit seiner Family im Schnäppchen. Schau auf! Der Body! Der kommt zu! Schon mal der Komi von Green Sisu! Und jetzt er! Seidlich auf der Sitzbank! 2. Take-off! Zu! Die Block Indy! 2. Take-off! 2. Take-off! 3. Take-off! Die Abahnung legt ganz in den Anstand. Also, er wird ein wenig gehackt heute, aber hier hinten. Aber! Stab-Zack, No-Hand-Becke, die sind noch rumgezogen. Also, er zeigt gutes Links, aber das wird mir ganz, ganz hartes immer hier. Heute haben wir für Green Sisu! Schöne, 10-Size-Doll von Green! Und jetzt der Letzter Schwung! Wir haben ihn an für den Franzosen! Und wir wollen ihn noch mal haben! Mal schauen, was er uns da sagt! Juhu-Juhu-Juhu? Schöne, Juhu-Juhu-Juhu! Schöne, Und der Schärsende noch mal! Wohn in。」 Das Super-Clone-Rubi von Breezy Suat-Fest. Servus, ich bin Bibi Berkel von den Baden und ich habe mir jetzt ein leises Platz gesucht, weil wenn ich in der Halle drin bin, dann versteht es mich nicht. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bitte, das leuchtet es mich nicht, weil ich gebe mir trotz meinem etwas niedrigen Stand der Technik bei Schnittprogrammen und so, das leuchtet es mich nicht, weil ich gebe mir wirklich viel Mühe, meinen Steinrahmen aufzunehmen. Und dann ja, bis dann. Servus.